Na, ihr Abenteurer. Das ist mal eine originelle Begrüßung. Ne? Ihr Abenteurer. Da habe ich stundenlang dran gesessen. Das hast du also gerade die ganze Zeit gemacht, als du hier in Askese gekniet hast. In Askese. Ja, wir sind noch im Jurassic Park, im ersten Film quasi. Ja, ja, ja. Und laufen jetzt mal... Ah, guck mal, da seid ihr... Oh, hallo! Hey, wir sehen uns wieder. Hey, wie geht's? Wieso? Hey? Na? Wie geht's? Achso, du brauchst einen Schlüssel. Hol den Schlüssel. Wieso soll... Kann ich nicht einfach ins nächste Level laufen? Ja, das nächste Level ist hier, wo ich stehe. Ja, geh doch ins nächste Level. Geht ja nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Hier, ich brauche die... Ich bin schon da. Ich bin schon da. Vergiss es. Legs. Hopp, zack. Achso. Da ist ja der Meister. Hier kommt der Meister und wie heißt er? So, jetzt brauchen wir... Timmel! Timmel! Komm her! Der steht doch direkt vor dir. Aber... Achso. Hab ich nicht gesehen. Boah, geil. Ich hab einen Schlüssel. Das ist cool. Ich hab einen Schlüssel. Ey! Ich hab einen Gameball. Ich riech's die scheiß Tür auf. Ach ja. Klick. Hallo! So, äh... Oh. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Ich muss erst die anderen suchen. Ja, ich bin immer noch ein paar. Oh! 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 Baby, was ist das? Ein Veloziraptor. Ja, wir spielen deine Lieblingsszene nach. Ja, meine Zweitlieblingsszene. Die erste Lieblingsszene ist, wenn der T-Rex kommt. Ja, das ist ja bei jedem seine Lieblingsszene. Nun, da oben ist ein... Oh, ich sehe eine Zielscheibe. So, da. Sehr schön. Guck, Würstchen. Ja, mal wieder. Mal wieder. So, viel Spaß dabei. Den haben wir schon mal abgelenkt. Sehr gut. Sehr gut. Sollen wir noch was kochen nebenbei? Nö, wir scheinen jetzt erst die Münzen. Hunger auf ein bisschen Pasta. Das ist jetzt nicht passend, Lex. Ich geh mal hier rein, ne? Wieso kannst du da rein und ich nicht? Weil ich kleiner bin als du. Also nur im Spiel. Ja, ja. Wissen alle, dass das nicht so gemeint war. Ja, deswegen hast du dich in dem einen Vlog, den wir zusammen gemacht haben, auch hingekniet. Ja. Wo wir nebeneinander standen. Genau. Siehst, ich bin schon am kochen. Ja, gut so. Aha. So, du musst nur noch die Zutaten dazugeben. Kochst, also Zielscheiben. Wem es schmeckt. Ja. Man soll ja nicht wählerisch sein. Ja. Lass es dir schmecken, mein Jung. So, warte, ich mach dir gleich den Weg frei, glaub ich. Irgendwie. Ja, du kannst das Ding hier verschieben. Los. Wir haben ja schon... Äh, los. Zieh dich schneller. Nee. Oh. Dummer. Aua. Dummer Timme. Oh. Alles seine Schulden, das haben die uns gehört. Ich hätte mir den einen verpasst. Oh. Idiot. Ja, und das war's mit dem See. Äh. Na. Dankeschön. Spring auf. Bin gleich wieder da. Fliege. Oh. Cool. Wie ist der so schnell hingekommen? Du kannst die ganze Action hier machen. Ja. Ich bin ja auch. Und ich bin nur Nebencharakter. Unwichtiger Nebencharakter. Ja. Und wo kommen unwichtige Nebencharaktere hin? Nach Hufflepuff. Genau. So. Den ramme ich aus dem Weg. Ah. Bam. Oh. Nun. Interessiert ihn gar nicht. Erstmal Mützen sammeln. So. Erstmal Prioritäten sitzen. Setzen. Nicht sitzen. Macht dir alles kaputt. Ja. Ja. Kann ich da dranspringen? Yeah. Kann ich das anfassen? Nicht berühren. So. Da muss ich aber rein, weil ich hab die stylische Brille. Was haben wir denn hier? Achso. Flisten nicht. Zerstören muss. Mach ich das doch mal. Ich nerv mal ein bisschen mit dem Bildschirm. Ich merk's. Du findest, wenn die Lego spielen immer mehr ein bisschen mehr. Super. Ich vermiss das. Das war mein Lieblingsgegenstand. So. Da guck mal, der Kreiscreme. Idiot. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, wir sind keine hochrangigen Engine, Leute. Ja, warum nicht? In eurem Alter habe ich schon viel mehr erreicht, als Hacker zu sein. Hacker. Ganz vorsichtig. Ich darf uns nicht sehen. Okay. Hey. Stauze. Alles wegen dir. Da bin ich nach vorne geglitscht. Ja. Das war viel Dramatik. Sieht so aus, als würde ich an deinem Hintern riechen. Timmy, was machst du da? Nix, gar nichts. Oh. Tolles Timing, Dude. Warte, wir können noch nicht so an dem vorbei, sonst frisst er uns. Deswegen müssen wir sie nicht. Jetzt müssen wir erstmal eine Schranke bauen. Und die haben wir im Film ja auch gemacht. Nein, keine Schranke, sondern was anderes. Beweg es. Bing. Super, ja. Ja, gut. Er ist hier drin. Zum Kontrollraum. Können wir Hilfe rufen? Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Tür, Schwester. Das schaffst du doch niemals allein. Ja, jetzt ist deine Fähigkeit gefragt. Hacken? Ja. Aktivieren die Tür, Schwester. Du musst hacken. Du kannst das noch nicht versuchen. Du musst Hack zubereiten. Mit deiner Hackbox. Mit einer Hackbox. Ja, erstmal muss ich hier ein bisschen kaputt machen. Das versteht sich von dir jetzt. Ja, ich bin ja auch dabei. Ich mach mal die ganzen PCs kaputt, die uns eigentlich helfen. Ja, ich auch. Ich zerstelle. Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Münzen, Münzen, Münzen. Moneten. Schönes Taschengeld dazu verdienen. Moneten. Meine Damen und Herren, was kann ich denn jetzt... Ach, das hier kannst du noch kaputt schreien. Achso. Das müssen wir gleich hacken, ne? Erstmal draufhauen. Ah, nee, hacken. Da hinten musst du das hacken. Was soll ich denn... Mit Kreis gerückt halten. Das ist ja... Das ist ja praktisch, ne? Ja. Das konnte Oskar Matzerat in der Blechtrommel auch. Hat? Sieht sich mit der Blechtrommel an, ey. Ja. Das Buch hat mich geprägt. Auf eine negative Weise, möchte ich sagen. Oskar Matzerat. Ja. Ist das ein Mensch? Ja. Das ist der, der mit drei Jahren beschlossen hat, aufhören zu wachsen. Ach. Der ist für immer drei Jahre geblieben. Ja. Und außerdem konnte der noch mit Schreien Glas kaputt machen. Und Frauen befriedigen. Und Frauen befriedigen. Guckt euch nicht den Film an. Der ist verstörend. Dach, jetzt darfst du hacken. Ich möchte ihn mal klarstellen. Ich hab den nur in der Schule gelesen. Ja, 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 ja. So. Oh, darf ich hacken? Ja. Ganz schwer. Was soll ich tun? Und, ah, das ist mir zu hart jetzt. Ja. Ah. Verdammt. Ey, durch Lego Jurassic World kriegt man ehrlich nur beigebracht, wie man Hacker wird, ey. Ja. Krass. Boah. Nee, das waren jetzt... Die machen sich da einen schönen Abend. Aha. Gut, dann sind wir falsch. Ja, geht noch ein bisschen weiter. Das ist ja spannend. Ja. Kommt aber auch nicht so oft vor dem Spreelen. Ab und zu muss man das nochmal machen, um Minikits zu kriegen. Aber im Film ist das jetzt auch so. Ja. Nicht so spannend, wie die da rumfliegt. Aber besser als nix, ne? Hey. Guck mal, den Dennis. Hi. Es gibt auch nur eine Trophäe, wenn du mit Dennis Nidri einen Feind mit einer Limo-Dose bewirfst. Ja. Dann heißt die Trophäe, möchte jemand eine Limo? Schön. Guck mal, ich kann nicht mal raus hier aus dem Rahmen. Ja, sonst wäre es ja auch noch schwerer, als es jetzt so routet ist. Wollt ihr die Bütze her? Weiß es nicht. So, da habe ich mit meinen krassen Skills jetzt gerettet. Ja. Na ja, gerettet. Den ersten Schritt zur Rettung. Kann man so oder so sehen. Na toll. Oh, jetzt kommt wohl mein Part. Dein Typ ist gefragt. Beziehungsweise der von... Gleich wieder da. Unterhalte doch noch ein bisschen die Leute da oben. Ja, so. Ich gehe mal zu denen. Na? Was macht er so? Warum reden die denn nicht mit mir? Darf ich mich spielen? Hallo, beachtet mich. Oh. Warte, jetzt war ich... Beachtet mich. Hey, Mensch. So, ich muss mal wieder ein bisschen... Ist der hier oben auf dem Bildschirm? Grün. Warum wuchern? Aha. Ja, guck mal. So eine Energiestumme. Die setze ich gleich ein. Ich haue damit erst mal ein bisschen durch die Gegend. So, wie man das machen muss. Ich habe ja auch keine Angst, dass die kaputt geht oder so. So. Ich kann hier nichts machen. Das ist ja voll lame. Ja, aber ich gucke. Ich kann mich hier ein bisschen umgucken. Aha, da ist ein Glas. Dahinter ist ein Raum. Ja. Guck mal, hier könntest du noch hacken, wenn du jetzt hier unten wärst. Hacken könnte ich da. Hacken, Entschuldigung. Uh, Münzen kann ich hier noch rausholen. Mal her damit. Erstmal die PCs zerstören. So, da kann ich tatsächlich auch noch hoch. Okay, das Ding kann ich nicht aktivieren. Gut, dann kann ich hier unten alles. Dann setze ich jetzt diesen komischen glühenden Stab ein. Macht es. Wir haben schon langgeweilig hier unten. Ja, ich merke es schon. Ja. Ja. Ich merke es schon. Ja.